Hallo, herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub, mal jetzt von unterwegs, denn ja, wir sind unterwegs. Wir wollen nämlich die Mühle suchen von Fritz Fuchs und seiner Schwester Suse. Deswegen sind wir hier in der Nähe von, wo sind wir? Löwenau. Löwenau unterwegs. Nach Grossen, dort steht nämlich die Wassermühle aus der Löwenzahnfolge mit Fritz Fuchs und ja, weiteres gleich. Bis dann. Gemeinde Möckermark. Ja, Ölmütz hätten wir gefunden, aber wo ist die Mühle? Ja. 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 Da ist ja das Prachtstück. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier haben wir die Mühle, in dem Fritz und seine Schwester Suse in der Folge Wasserkraft zu sehen ist. Alles ziemlich zugewachsen, weil hier ist nämlich der Eingang, wo Fritz zur Mühle kommt. Und hier wo Maria steht, Hallo Maria, sind die Brennnesseln ziemlich hoch. Na, alles zugewachsen. Dann gehen wir mal hier ran. So, hier haben wir das Mühlrad mal von der Nähe. Hier haben wir den Eingang, wo Fritz und Suse reingehen. Und wenn wir jetzt hier links rüber schwenken, sehen wir nichts. Also, wo Fritz hier raufkommt, ist hier ziemlich große Vegetation. Und dann sehen wir, machen wir mal einen Blick hier runter. Ein bisschen wenig Wasser hier hinten. Und es wird kräftig gebaut hier. Gut. Wieder einen Grill gefunden. Und dann sehen wir, machen wir mal ein bisschen. Untertitelung. BR 2018